es geht zu einem video und heute haben wir durch einen clan die die im clan sind ich habe das nur also ich habe gerade nur die leitung später wenn ich direkt im clan bin meine guten damit ich direkt weit lieben und euch ein bisschen unterstützen aber ich würde dann die leitung weitergeben und ich will die dann nicht halt ich würde den nicht halt behalten und ja und wenn ein interessanter clan also möchte dann in die kommentare schreiben also sagen kann ich mache jetzt war in der solo runden haben ein eigenes apple ipad ich bin so ohne über das habe ich einfach gezockt und als ich wollte dir eigentlich zeigen ich kann jetzt auch ich baue sogar glaube ich auf handy glaube ich sogar ein bisschen besser als jason obwohl man spiel richtig verpackt war einfach so wie auf pc ich habe einen schweizer größer pro spieler ich bin ja heute nicht brauchen ich habe gerade so einen schwitscher so können wir jetzt mehr irgendwie will ich den aufheulen oder ich habe nie den unterschied bei diesem augen skin habe ich nie den unterschied verstanden bei den ersten zwei spielen doch da das eine geleuchtet nicht dass das andere ist jetzt bei den menschen aber ganz ehrlich ich finde es so hässlich und der drache ist noch hässlicher ok ja er geht jetzt in der grauen version kam was da wohnt also das so ein richtig kleines mädchen wir haben uns so gedacht wir hatten raus gelassen er wird mit jener älter älter kettchen wir sind in der spiel gerade als wenn die schützenden sieben im shop da steht zumindest der rassen sieben im shop Aram, 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 Aram Stufe Rot Hey, 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 Blogger King ist Aram Stufe Rot Ich verstehe mein Vater irgendwie ein bisschen nicht, ich weiß, warum Let's go Und ja Okay, RIP, ich war aber auch nicht so hart, ne Der, ich war aber auch nicht ganz so richtig hart RIP, ich hab auch so viel Ja Hi, ich hab auch nicht geredet, leu So Ja, ich, ich nehm jetzt nicht mehr drauf Also ich muss kurz noch die letzten Stücke reinmachen Sag hallo zum YouTube Video Okay Und jetzt Das war doch bei dir Hm, 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 hm Das war's mit dem Video Wenn ihr interessiert seid, dann schreibt in die Kommis rein, ich werd es auf jeden Fall lesen Ja 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 Das war's mit dem Video, und lasst ein Like, Abo, und Ja 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 Ja